Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Glück in Worten und zur letzten Folge dieses Jahr von Glück in Worten, denn nächstes Jahr sind wir kurz in der Weihnachts... Nächstes Jahr, nein, aber nächste Woche sind wir kurz in der Weihnachtspause, nächstes Jahr sind wir dann natürlich ganz normal wieder zurück und dann kommt natürlich wieder ein neuer Podcast in 2023, aber für nächste Woche Freitag sind wir einmal in der wohlverdienten Weihnachtspause und es kommt mal kein Podcast, deshalb möchte ich dir heute ein bisschen was zum Thema Jahresreflexion und das Jahr geht zu Ende und so weiter mitgeben und ich weiß, es gibt da immer so viel, dass man sich überlegt, was war dieses Jahr schön, was nicht so schön und was kann ich nächstes Jahr anders machen und ich möchte mit dir eigentlich so ein bisschen gemeinsam mal das Jahr 2022 durchgehen, weil so kurz vor dem neuen Jahr die meisten Menschen sich eher Gedanken darüber machen, was jetzt nächstes Jahr unbedingt alles anders sein muss. Vielleicht hast du das auch schon gemacht, jetzt kurz vor Weihnachten, vielleicht hörst du den Podcast auch nach Weihnachten und zwischen den Jahren oder zwischen den Tagen oder wie man das sagt und denkst dir so ein bisschen, okay, das mache ich auf jeden Fall anders nächstes Jahr und das möchte ich neu als Routine einführen und das nicht und so weiter und so weiter. Und ich möchte gerne mit dir einmal durch dieses Jahr gehen, was ja jetzt gerade zu Ende geht und auch wenn du diesen Podcast vielleicht erst später hörst, du kannst das immer noch gerne machen, weil wir viel zu wenig sehen, was wir in einem Jahr alles für krasses Zeug gemacht haben. Also ich gehe es mal mit dir durch und ich möchte total gerne, dass du auch total ehrlich zu dir bist, weil manchmal ist es so, dass du dann so denkst, ja, Claudia hat ja jetzt auch voll viel dieses Jahr gemacht und super krass und boah. Bei dir ist es aber genauso, nur wir sehen es halt total oft nicht. Und bei einigen Menschen ist die Challenge eher auf emotionaler Ebene gewesen dieses Jahr, bei anderen, die haben beruflich total was gerockt, bei anderen, die haben vielleicht auch in ihrer Vergangenheit mal total viel aufgeräumt, andere haben ganz viele neue Sachen in die Wege geleitet und andere haben aus ganz vielen vielleicht auch Fehlern, wobei ich ja glaube, dass es Fehler an der Stelle nicht gibt, Feedback in irgendeiner Art und Weise ganz viel gelernt und fürs neue Jahr vorbereitet. Also bei einigen, sage ich mal so, sieht man in einem Jahr extrem, was gewachsen ist und die anderen haben sich sehr doll um ihre Wurzeln gekümmert. Und das heißt nicht, dass nichts wächst, ja. Es heißt nur, dass das, was wächst, sehr krasse Wurzeln hat. Und das finde ich immer ein schönes Bild, weil du beschäftigst dich mit dir und ich mag das immer gerne mit einer Pflanze vergleichen. Manchmal wächst diese Pflanze extrem viel und extrem schnell und sie blüht und du siehst eine Blüte und weiß ich nicht was, das ist alles schön. Und manchmal siehst du aber gar nichts und denkst dir, scheiße, die ist kaputt. Aber die ist nicht kaputt. Du bist nur gerade dabei, die Wurzeln zu bearbeiten. Zum Beispiel die Wurzeln stärker zu machen und länger zu machen und dass diese Wurzeln eine viel größere Pflanze irgendwann halten können. Und das ist deine Aufgabe. Vielleicht hast du diese Pflanze auch total vernachlässigt dieses Jahr und bist jetzt gerade dabei, nochmal Dünger nachzuschicken oder zu gießen oder die Erde mal so ein bisschen umzugraben. Egal, was es ist, was du gemacht hast dieses Jahr oder was du jetzt gerade tust oder woran du gerade bist. Ich möchte, dass du ein bisschen liebevoll auf dich schaust. Und dazu kannst du total gerne, wenn du möchtest, für den nächsten Teil mal so ein bisschen deine Augen schließen und so reinfühlen. Bitte nicht, wenn du im Auto sitzt. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Also auf jeden Fall nicht, wenn du fährst. Geht natürlich aber auch total gut mit offenen Augen. Nur ich möchte, dass du mal so ein bisschen mit mir mitkommst. Und zwar möchte ich, dass du dich kurz daran zurückerinnerst. Wo hast du das Jahr 2022 begrüßt? Also wie ist dein Jahresabschluss vom letzten Jahr und dein Jahresanfang von diesem Jahr 2022, wo hat der stattgefunden und wie bist du in das neue Jahr reingestartet? Ich persönlich habe zum Beispiel in das Jahr 2022 aber reingeschlafen. Wollte ich schon immer mal machen, habe ich aber nie gemacht. Und wir waren 2022, einige haben es vielleicht verfolgt, in Costa Rica zum Jahreswechsel. Dann waren wir gerade in Costa Rica und wir waren in einem Hotel. Das war aber nicht, das war eher schäbig, war nicht so schick. Und naja, die Kinder haben halt geschlafen und dann haben wir auch geschlafen. Ich bin nur aufgewacht, als es sehr laut knallte. Hat dann, glaube ich, mal kurz rausgeguckt, aber man hat auch nicht viel gesehen. Das war einfach nur laut. Naja, und vielleicht magst du dich mal so ein bisschen kurz daran zurückerinnern, wo du dieses Jahr begrüßt hast und was hast du vielleicht gedacht auch, was hattest du dir vorgenommen für dieses neue Jahr, was hast du erwartet, auf was hast du dich vielleicht auch tierisch wohl gefreut und dass du da nochmal so ein bisschen reinfühlst. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich schon Anfang des Jahres gesagt habe, okay, dieses Jahr wird ein bisschen anders. Ich will dieses Jahr ein bisschen weniger arbeiten und ich will dieses Jahr viel mehr und bewusster Zeit mit meiner Familie verbringen. Das hatte ich mir für das Jahr vorgenommen. Das habe ich auch wirklich sehr schön umgesetzt, muss ich sagen. Also bin ich ganz stolz auf mich. Aber es ist mal schön, nochmal so ein bisschen wieder reinzugehen und zu gucken, was habe ich da gemacht. Und vielleicht magst du jetzt auch mal so ein bisschen an die ersten Monate denken. Januar, Februar, März. Wo bist du da gewesen? Was hast du da gemacht? Hat sich für dich irgendwas verändert in der Zeit? Positives und Negatives. Und aus beidem hast du sicherlich irgendwas gezogen für dich. Auch da nehme ich dich total gerne mal mit in mein Jahr, weil ich natürlich jetzt hier immer eure ganzen Antworten nicht hören kann, auch wenn das immer sehr schön wäre. Für mich war dieses Jahr total krass, hat total krass angefangen, der Januar. Ich meine, Bilderbuch quasi, Costa Rica, schönster Sonnenschein. Und ich habe mich selten so schlecht gefühlt, wie in der Zeit, in der wir in Costa Rica waren. Gar nicht mal so. Also mir ging es körperlich gut und ich fühlte mich so, was das anging, super. Aber ich war so unruhig, weil ich kein Zuhause hatte. Das hat mich total, das war für mich total schwierig. Habe ich ja auch damals in dem einen oder anderen Post oder auch in dem einen oder anderen Story mal erzählt. Damals wusste ich aber auch noch gar nicht so richtig, wo es hingeht und was unsere Idee ist, weil wir ja einfach gereist sind zu der Zeit mit Open End. Und ich war dann sehr froh, als wir im Februar entschieden haben, dass wir irgendwo eine feste Bleibe brauchen, weil wir dann zu der Zeit schon sieben Monate unterwegs waren und ich brauchte einfach, also ich und unser größter Sohn auch, wir brauchten einfach tierisch dringend wieder ein festes Haus, eine Struktur, einen Alltag, zumal ich das auch gerne beim Arbeiten habe, dass ich irgendwie so einen normalen Alltag habe und mich da so ein bisschen reingrufen kann und besser planen kann. Genau, den Februar haben wir dann in Deutschland verbracht und auch da spannende Sachen mitgenommen. Das erste Mal Corona, aber sehr viel reflektiert, sehr viel auch gelernt in der Zeit. Und im März sind wir dann hier tatsächlich in Marbeja, wo ich auch jetzt gerade den Podcast aufnehme, sind wir also hierher gekommen und haben entschieden, dass hier unser neuer Lebensmittelpunkt wird fürs Erste. Und das war der März. Und vielleicht magst du auch mal so ein bisschen überlegen, was so in dem ersten Quartal wichtige Entscheidungen waren, die du für dich gefällt hast. Ja, überleg doch mal kurz bitte, was eine wichtige Entscheidung war, die du für dich gefällt hast in diesen ersten drei Monaten. Für mich ganz persönlich war es einfach die Entscheidung zu sagen, ich will an einen festen Ort und da möchte ich bleiben. Ich brauche ein Zuhause. Und das irgendwie auch so mit meinem Mann und meiner Familie zusammen zu entscheiden, war unheimlich wichtig und hat mir ganz, ganz viel gezeigt. Es könnte auch da wieder, ich mache das nochmal so ganz kurz, wir sagen so oft an so vielen Stellen, ja, das hätte ich mir sparen können. Ja, da hätte ich mal früher sagen müssen, was und wieso. Und das war vertane Zeit. Also sagen wir ja ganz oft, und gerade wenn wir so auf das Jahr zurückgucken, kann es oft mal passieren, dass wir sagen, ja, den ganzen Ausflug wir aber sich sparen können. Die Beziehung wir jetzt mit dir sparen können. Und dies und das. Und das denke ich, manchmal ist es auch so, dass ich denke, ach, diese ganze Weltreise, also Weltreise, wir hätten jetzt nicht durch die Welt gereist, aber wir sind in Spanien und Costa Rica und so bereist. Diese ganze Reiserei, das hätte ich mir sparen können. Nee, hätte ich überhaupt nicht, weil dann hätte ich gar nicht das gewusst, was ich heute weiß. Und hätte gar nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Und hätte diese Erfahrung gar nicht gemacht. Und die waren für irgendetwas ganz, ganz wichtig. Und das ist mir so wichtig, dass du das nochmal so im Nachgang, also in der Retrospektive mal siehst, was hat dir das eigentlich gebracht, was du erlebt hast. Was für Entscheidungen hast du daraus gefällt? Und wie bist du da weitergekommen für dich? Und ich bin extrem weitergekommen in der Zeit für mich persönlich. Das war wunderschön. Also das erste Quartal hat mir ganz, ganz viel gebracht. Lass uns mal kurz ein bisschen weiter reflektieren ins zweite Quartal, in April, Mai, Juni. Und April, Mai, Juni, würde ich sagen, war bei mir so Gewitter. Könnte man das gut zusammenfassen. April, Mai, Juni war echt Gewitter. Das war, wir hatten noch keine feste Bleibe. Die Kinder hatten dann zwar eine Schule gefunden, wir haben eine Schule für die Kinder gefunden, das war schon mal cool. Es fing so ein bisschen an, in den Alltag einzukehren, obwohl wir noch keine feste Wohnung hatten, also immer noch in der Miete, also in der Kurzzeitmiete waren und wussten, dass wir da nicht bleiben können, langfristig. Das war sehr, sehr viel Häuser angucken, Wohnungen angucken und es hat ordentlich geruckelt in meiner Beziehung. Aber hallo. Da musste ich mal, und das habe ich, glaube ich, auch so offen noch nie erzählt. Ich glaube, wenn man selber so für sich an einigen Punkten ist, wo einem so Sachen bewusst werden, wie zum Beispiel, dass ich einfach eine ganz feste Bleibe und so brauche und was mir wichtig ist an Werten und so weiter und es gerade nicht erfüllt hat im Leben, also weil wir hatten halt einfach keine feste Bleibe, ich hatte kein Zuhause, ich konnte nichts schön dekorieren, ich konnte es mir nicht gemütlich machen, ich konnte nichts einrichten, ich konnte, wir hatten halt einfach kein Zuhause. Dann lässt man das natürlich an den Menschen aus, die um einen herum sind. Und in dem Fall war das natürlich mein Mann und wir sind da ordentlich aneinander geknallt. Beziehungsweise an ganz vielen Stellen gar nicht aneinander geknallt, sondern viel schlimmer, aneinander vorbeigeknallt. Wenn du verstehst, was ich meine. Es war so, ja dann arrangiert man sich halt irgendwie so nebeneinander her, aber es war nicht mehr komplett erfüllend. Und das ist so schade. Und das war auch ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, da muss sich irgendwas verändern. Spannenderweise habe ich genau in der Zeit ja mein Buch geschrieben zum Thema Beziehung, was so, erst habe ich es verflucht, dass ich genau in dem Moment das Buch zum Thema Beziehung schreiben muss. Also es muss, aber ich hatte natürlich auch irgendwie einen Vertrag mit dem Verlag und es war ausgemacht. Und ich habe gesagt, ich mache das. Und jetzt fiel das genau in eine Phase, in der ich gerade so ein bisschen dachte, oh, das ist ja jetzt hier nicht alles rosa, roter Sonnenschein bei mir. Aber es war so schön am Ende des Tages total hilfreich, weil es wie eine Selbsttherapie war. Und alles, was ich geschrieben habe und theoretisch weiß, dann auch wirklich selber anwenden konnte. Und es war am Ende des Tages total hilfreich für mich. Aber das waren sehr, sehr spannende Zeiten. Und ich möchte dir das, und deswegen habe ich das jetzt auch so offen erzählt, weil ich einfach gerne möchte, dass du, wenn was Negatives passiert in deinem Leben, nicht denkst, ja, scheiße, oh Mann, das will ich weghaben und schnell vorspulen und so, sondern was kannst du daraus ziehen? Und ich habe sehr, sehr viel aus dieser Zeit gezogen und habe eben auch gemerkt, wie toll wir trotz allem über unsere Beziehung sprechen können und wie toll wir das trotzdem irgendwie hinkriegen, zu gucken, was ist das Wichtige für uns und was, wie können wir das lösen? Also wir konnten halt ganz viel über uns sprechen und damit auch Wege und Mittel finden, das wieder schöner zu gestalten. Es war also ein sehr, sehr arbeitsreiches zweites Quartal, weil ich unheimlich viel gefühlt an der Beziehung gearbeitet habe, oder wir beide, aber auch natürlich unheimlich viel gearbeitet habe, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe. Es war also, ja, ich war also wirklich in so einem kleinen Tunnel. April, Mai, Juni darfst du vielleicht mal für dich gerade reflektieren, wie das für dich war und was du da vielleicht gelernt hast für dich. Ganz oft ist es ja so, dass wir so parallel, was, ich höre das von ganz vielen Hörern, dass sie das so parallel mit mir Sachen erleben. Das ist immer ganz spannend. Dann kam das dritte Quartal, Juli, August, September. Für mich tatsächlich eine Zeit des Ankommens, könnte man sagen, weil wir tatsächlich im August umgezogen sind in unsere jetzige Wohnung. Wir haben ein Zuhause gefunden und endlich konnte auch die Claudia sich austoben, was das Thema angeht. Das Zuhause wirklich auch als Zuhause gestalten. Ich mag einfach auch einen Ort haben, an dem ich gerne nach Hause komme und an dem ich mich auch so fühle wie ein Zuhause. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Zeit der Ruhe und der Zeit der Einkehr bei mir wieder gewesen. Der Sommer war auch der Juli, gerade der Juli, was, wo ich mir wirklich freigenommen habe, auch mal Zeit mit den Kindern, ganz, ganz viel und intensiv hatte. Das war super schön. Ja, und das dritte Quartal steht so unter dem Motto Ankommen. Ich finde das gerade ganz schön, ich hatte mir das jetzt nicht vorbereitet, aber ich finde das gerade ganz schön, so ein bisschen die Quartale so zu benennen. Was hast du in diesem Quartal gemacht? Also was war es? War es ein Aufbruch? War es ein Ankommen? War es aufwühlend? War es ruhig? Also so ein bisschen auch mal so drauf zu gucken. Okay, spannend. Und es war so Unruhe, Gewitter, dann Ankommen. Und ja, wie ist das bei dir gewesen? Also kannst du mir auch total gerne natürlich nach dieser Folge bei Social Media mal schreiben, mal drunter schreiben, wie für dich die Quartale so waren. Aber ja, das dritte Quartal war aber definitiv Ankommen, auch hier in Marbella Ankommen. Wir hatten den Sommer dann ja in Deutschland verbracht. Und ja, hier in Spanien irgendwie Ankommen tatsächlich auch. Das war richtig schön. Und dann, und das ist so krass, finde ich, das vierte Quartal ist vorbeigeflogen. Das vierte Quartal ist echt geflogen. Oktober, November, Dezember. So krass, dass wir jetzt schon so Ende Dezember haben. Unter welchem Motto steht das denn? Struktur, würde ich, glaube ich, bei mir sagen. Ruhe und Struktur. Ich habe wieder Struktur in meinen Alltag gebracht. Ich habe ganz viele Rituale wieder aufgenommen, die gerade doch durch das Reisen und durch diese ganze Zeit, in der so viel Wirrwarr war, Wirrwarr war, ist auch schön. Das ist, da ist alles so durcheinander gekommen und jetzt habe ich ganz viel Struktur wieder aufgebaut. Vielleicht verfolgst du es auch aktuell, gerade auf Social Media teile ich es gerade ein bisschen mehr, wie meine Morgenroutine aussieht. Ich meditiere jeden Morgen, dann mache ich Yoga, habe auch so ein ganz klassisches, händisches Buch wieder, in dem ich eintrage, was ich jede Woche so zu tun und zu arbeiten habe. Das habe ich zwischendurch immer alles digital gemacht, aber ich bin doch wieder zu einem händischen Buch übergegangen. Ich liebe das irgendwie. Ja, deswegen ist das vierte Quartal tatsächlich Struktur. Du kannst ja mal für dich reflektieren, unter welches Motto du das vierte Quartal stellen würdest. Oktober, November, Dezember. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, sich das mal so für sich anzugucken. Und wenn ich mir das jetzt so angucke und darauf zurückgucke, und ich liebe das ja immer, sowas auch dann selber zu machen in dem Moment, deswegen bin ich es ja auch mit dir jetzt gerade so live durchgegangen, allein setzt man sich ja auch nicht hin und guckt sich das nochmal an, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, dann denke ich so, was ein krasses Jahr. Weniger von dem so, also es geht mir jetzt für dich auch darum, dass es nicht darum geht, das habe ich alles erreicht und das habe ich alles gemacht und das habe ich alles und bam, sondern ah, das waren die ganzen verschiedenen Themen und Aufgaben, die ich in den verschiedenen Monaten auch hatte und da bin ich so durchgegangen und da habe ich für mich ganz viel gelernt, da habe ich ganz viel Wurzeln geschlagen für meine Pflanzen, da habe ich vielleicht ganz viel gegossen und Dünger gegeben und habe eine Pflanze vielleicht auch nochmal umgetopft in einen größeren Topf. Ich habe natürlich auch total viel im Business verändert, es war im Business auch ganz viel los und es war auch, also an ganz vielen Stellen ist so ganz viel passiert, aber wenn ich dem immer so eine Überschrift geben müsste, den einzelnen Quartalen, dann merke ich so, krass, das war schon ein beeindruckendes Jahr mal wieder, was da so abgegangen ist und das bedeutet ja jetzt für dich nicht, dass dein Jahr auch mit Umzug und neue Wohnungen und tralala und hier und da sein muss, das kann ja auch einfach sein, du hast immer noch die gleiche Wohnung wie Anfang des Jahres und du hast immer noch den gleichen Job wie Anfang des Jahres und vielleicht sogar immer noch den gleichen Partner und dann ist das total schön, auch da mal zu gucken, okay, wie viel Stabilität da im Leben ist, wie viel Halt da im Leben ist, wie viel Gleichmäßigkeit da auch im Leben ist und das auch mal als was Schönes zu bewerten und wenn du das nicht möchtest, natürlich auch einfach für dich dann wieder zu verändern. Aber ich merke so, wenn ich das jetzt so durchgehe, krass, die einzelnen Quartale, die einzelnen Monate, für sich mal wirklich so anzugucken und zu sagen, wow, das war also dran und ja, da auch so ein bisschen zu reflektieren. Wenn du Lust hast, kannst du das natürlich noch mal intensiver für die einzelnen Monate machen, weil ich ja auch nicht weiß, was bei dir in den einzelnen Monaten so passiert ist, dass du dich noch mal hinsetzt und sagst, okay, das waren so die wichtigsten Sachen, die in diesem Monat passiert sind. Manchmal vergessen wir auch ganz viel. Ich habe ganz oft so, deswegen hole ich ganz oft so alte Terminplaner raus, um auch mal so zu gucken, ach ja, das habe ich da noch gemacht und das war da noch und das habe ich aber schon wieder voll vergessen, weil so ein Jahr ist ganz schön lang und irgendwie vergisst man dann, was Anfang des Jahres war. Deswegen möchte ich dich einfach nur ermutigen, mal so ein bisschen dein Jahr zu reflektieren, mit einem ganz liebevollen Blick auf dich selber auch mal zu gucken, krass, was das Leben da für dich bereit gehalten hat vielleicht und was du vielleicht lernen konntest, was du für dich verändern konntest, wo du für dich wachsen konntest und was du vielleicht für neue Entscheidungen und auch für neue Glaubenssätze und Gedanken für dich mitgenommen hast aus diesem Jahr. Mir hat das total viel Spaß gemacht, einmal so zu reflektieren. Ich mag das total gerne, um das Jahr abzuschließen und um zu sagen, das war jetzt ein schöner, würdevoller Abschluss auch für das Jahr 2022. Hat es auch verdient, finde ich. Und ja, jetzt nochmal wieder aufs neue Jahr zu gucken und zu schauen, was möchte ich da vorwiegend erleben? Was sollen da die Überschriften für die einzelnen Quartale sein? Das kannst du dir auch gerne nochmal überlegen und natürlich auch dementsprechend dann schon mal irgendwas handeln oder dir da Gedanken drüber machen. Aber du darfst vor allem das Universum machen lassen und dich nicht selber ins Wie einmischen, aber natürlich kannst du dir schon mal überlegen, was so Gefühle sind, die du vielleicht gerne hättest in dem folgenden Jahr. Ich mache das auf jeden Fall in ganz vielerlei Hinsicht. Habe ich auch jetzt schon fürs vierte Quartal gemacht. Das ist auch toll. Also gerade so ein Thema Beziehung hat da echt, hat das ganz schön gut geholfen. Finde ich ganz super. Habe ja auch vieles aus meinem eigenen Buch umgesetzt und muss ich sagen, funktioniert. Scheint zu funktionieren, was ich da geschrieben habe. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, also eine wunderschöne Jahresreflexion. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wenn du jetzt noch zuhörst, dann gehe ich davon aus, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir auf jeden Fall sehr und ich wünsche dir einen wundervollen, schönen Jahresausklang und einen ganz, ganz schönen Start in das neue Jahr 2023, auf das du dann auch wieder gerne zurückgucken darfst, wenn das dann vorbei ist. Von daher merke dir, wo du das feierst und mit wem und was du für Gedanken hast in das neue Jahr. Also, mach's gut. Hab einen wunderschönen Jahresabschluss. Wir hören uns hier auf jeden Fall wieder im neuen Jahr mit einer neuen Folge von Glück in Worten. Dann bin ich wieder am Start und bis dahin hab eine ganz, ganz zauberhafte Zeit und einen zauberhaften Start ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.